Oder BAM 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 Könnt' ich ja gleichnamen? Ach, hab' ich geklappt Nein 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 No, no No Ist das noch irgendwo ein Arsch? Ah, da kommen sie Nein Gucken, was ist... Ah, da komm' ich sowieso nicht rein Ah, nee Mal hier, ah, hier ist nochmal ein Money fürs Sturmgewehr Oh, hier ist sonst weiter nichts drin Ah, hier ist... hier ist ein Frag Grenade So Ne Da geht's nicht lang So, oh, hier Ich glaub, wenn ich da durchgehe, das tut... das tut weh Ich will's aber jetzt nicht austesten Gucken wir nochmal hier, äh, nochmal Money für die Schotti Gut, dann speichere ich hier nochmal kurz ab Äh, nö, hier ist soweit nix Oh, oh Das klickt nicht gut Oh, oh Die Szene Die hab' ich bei LST gesehen Hier heißt's einfach nur Rennen Weil das Vieh ist so groß, da kommen nicht mal die Turrets gegenüber Äh, gegenüber Ja Einfach rennen Fliege vor dem Angreifer, ja Ui, das war knapp nulla, die Waldfeele Scannen nach Fremdkörpern Ah, jetzt... Scannen abgeschlossen Guck ich hier wieder raus? Nö Ah, aber da Gucken wir mal hier Nö Ach, nee Ah, dass der einen nicht mal in Ruhe lassen kann hier Wo, 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 wo Wo geht's lang? Scheiße, ich kann nicht mal rennen Verdammt Naja, neuer Versuch Ah, Mann Mann, 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 Mann Okay, die Stelle Hatte ich hier noch irgendwas? Nee, ich glaub' nicht Jetzt muss ich mir mal merken Das Rennen wirklich jetzt nur in absoluten Notfallsituationen nutzen Nicht einfach nur stumpf drauf, los, rennen Beziehungsweise Äh, ich wollt' erst nochmal hier was gucken Ob ich vielleicht nicht noch ein bisschen Muni kriege Weil ich mein' mal, ich hätte jetzt eben nur abgespeichert und nicht nach Muni geguckt Was kann man denn hier upgraden, Waffen Was kann man denn beim Flammenwerfer alles machen? Schnellfeuer-Modul, Abschleung, Schadens-Togo-Modul Ja, das dauert doch noch einen Moment So Auf Ein Neues Ja, komm raus, Baby Hallo, Schnuckelchen So Und Rennen Jetzt weiß ich ja, wo es hingeht Das war knapp So Ihr lasst mich erstmal in Ruhe So Jetzt erst nochmal ausruhen Und Weiter rennen Woa Gut, da kommt er nicht durch Ich hab' so das Gefühl, dass er gleich hier noch durchkommen kann Oh, nee Ihr bleibt, wo ihr seid Nein 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 Hab ich gesagt Nein Hier ist alles clear So Nächster Anlauf Ich hab' irgendwie die Befürchtung, dass er mir gleich wieder hinterher rennt Gerade noch ein bisschen warten So Hier haben wir noch ein Large Medi-Pack Ich schmeiß mal schnell noch kurz ein kleines ein So Und weiter geht's Na Na Hier ist er nicht mehr Oh, nee Ich hab' ich und mein großes Maul Ich hab' nichts gesagt What the What the Aua Ja, wie sagte ich vorhin Ich mag meine Käfer gerne gebrutzelt Gerne gut durch Gerne gut durch So Und jetzt Wo muss ich jetzt lang Ah, hier Ah, hier Nee Nee Da war ich ja eben dran Ich Idiot Mal gucken Hier Nö Hier Ähm Ah, nee Jetzt kann ich wahrscheinlich hier durch Ja Das sieht doch gut aus Nein, 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 hier bleibt mir schön von der Fälle, ihr Viecher So Ich glaub' damit ist auch dieses Level beendet Ebenso wie diese Aufnahmesession Ja Zeit Fast eine Dreiviertelstunde Ja, das lässt sich Kann man eigentlich gut Äh Kann man eigentlich Gut anrechnen Hihi Gut Dann beende ich mal diese Aufnahmesession Sign auf Ciao, ciao